Radio Pilatus, dies' FCL Radio. Janscher schiesst und trifft! Jawohl! Das ist natürlich ein Start nochmals für den FC Luzern. Nach drei Minuten für den FZL tanken mit Penalty-Goal von Jakob Janscher mit 1 zu 0. Hey, was ist das für ein Spiel? 7 Minuten, 1 zu 1. Aber es müsste 2 zu 2 stehen. Unglaublich, was hier abgeht. Bam, 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 schon 2 zu 1. Drei Goal innerhalb von 12 Minuten. Und jetzt für die FZL wieder hier. Und wieder ist der Jakob Janscher. Goal! 3 zu 1 für den FC Luzern. 42. Spielminute. Superstar Salazar. Hechtkopfball. Es ist ein riesen Goal. 1, 2, 3, 4 1 für den FC Luzern. Und jetzt kann man ja ein wenig roten, wer das Goal geschossen hat. Natürlich muss auch er heute treffen. Zum vierzehnten Mal in dieser Saison. Marco Schneuli. Und jetzt haben wir den neuen Rekord. Und ich drehe durch. Der FC Luzern führt 5-1. Und wer hat das Goal geschossen? Wer hat das Goal geschossen? Der François Affalter. Beide Innenverteidiger. Notnagel hat man sie ja genannt. Absolut ungenügend in der Super League. Und beide schiessen heute das Goal. Der Salazar und auch der François Affalter. 6-1. Dario Lescano. Und jetzt... Jetzt kommt langsam aber sicher das raus, was ich im Geschäft noch gesagt habe. Ich weiss nicht, Raffi, bist du auch nicht dabei gewesen? Ich habe gesagt, das geht heute einen guten Match. Das geht ein 6-0. Genau. Ich habe gemeint, du übertreibst. Gau, gau. Ha, ha, ha. FC, FC, FC und 2. Wir sind ziemlich weins. Von A und von 5. FC, FC, FC und 2. Wir sind die Arten.